Ich will es Ihnen nicht vorenthalten, das hat eigentlich einen ganz traurigen Hintergrund, dieses Stück, wie so oft in einem Klazmer. Es ist ein jüdisches Lied und ich will es Ihnen gar nicht erklären. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist sehr traurig. Und ich muss noch die Klarinette wechseln. Es ist alles nicht so leicht. Ich habe nämlich jetzt gerne mal den Bedarf. Ich das gehört zur Show. Du kannst ja auch zwei spielen. Ja, ich kann auch zwei spielen, nicht gleichzeitig, aber hintereinander. Und nun, jetzt will ich nicht gar nicht so viel weitererzählen, genug gelabert. Bublitschki. Bublitsch! Amen. 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 Amen.